heute da geht es mal wieder um sensorzeugs ja es sind mal wieder die stromzähler in der reihe diesmal aber der große denn man hat mir hier meinen guten alten ferraris zähler weggenommen aber wer war das eigentlich und was gibt es denn jetzt neu und was können wir mit dem neuen ding anfangen ja fangen wir erstmal vorne und zwar mit den ganzen akteuren die da beteiligt sind wenn ihr strom haben wollt da gibt es nämlich so ein paar der bekannteste das würde wahrscheinlich der energieversorger sein also euer stromanbieter ist der der euch die rechnung stellt und euch auch den strom verkauft dessen hauptaufgabe ist es neben dem ganzen vertragskram bei einzelnen kraftwerken ausreichend viel strom einzukaufen um euren verbrauch zu decken oder eher den verbrauch aller kunden dieses anbieters diesen stromlieferanten den kann man auch jederzeit wechseln wenn man denkt dass da ein anderer ein besseres angebot hat geht relativ simpel jetzt haben also gekauften strom bei den kraftwerken und die info dass der zu euch soll das muss natürlich auch erst mal irgendwie gewährleistet werden und da kommen die sogenannten übertragungsnetz betreiber ins spiel die unb sind für den betrieb von den sogenannten strom autobahnen zuständig also meistens irgendwelche höchst spannungsnetze mit 220 oder 380 kv in deutschland da gibt es insgesamt vier übertragungsnetz betreiber das wäre einmal 50 herbst transmission die sind hauptsächlich in ostdeutschland unterwegs also brandenburg mecklenburg vorpommern sachsen sachsen anhalt und thüringen dazu kommen noch die städte berlin und hamburg früher gehörten die zu vattenfall heute da ist es eine tochterfirma von eurogrid aus belgien im westen da ist amprion unterwegs die decken hauptsächlich nordrhein-westfalen saarland und rheinland-pfalz ab allerdings auch ein paar kleinere teile von hessen und von bayern amprion früher rwe heute eigenständig transnet bw der name sagt ja schon die sind in baden württemberg unterwegs teil der nbw hat nur ein relativ kleines gebiet da unten und last but not least gibt es dann für den rest tenet die sind aus den niederlanden und decken das ehemalige eon gebiet ab bzw früher was bayernwerk und preußen elektra das sind also die reste von bayern von hessen niedersachsen schleswig-holstein und bremen die grenzen die sind dabei immer ein bisschen fließend da kann schon mal eine leitung irgendwie auch ein bisschen weitergehen aber am ende sind deren gebiete wo der strom transportiert wird fest das heißt also wenn ihr in diesem gebiet sitzt dann sind die an eurer lieferung beteiligt und da habt auch keine auswahl diese üren bis die transportieren jetzt aber nur langstrecke im ort oder der stadt muss der strom aber auch noch irgendwie zu eurem haus kommen und naja wenn ihr jetzt den stromanbieter wechselt wird ja nicht die straße aufgerissen und neues kabel verbuddelt das heißt jetzt offensichtlich noch wer anders beteiligt auch hier keine auswahl sondern es gibt einen festen lokalen netzbetreiber das ist der energieanbieter der sich um die wartung der infrastruktur kümmert und ist auch eure anlaufstelle wenn mal stromausfall ist meistens sind das irgendwelche regionale anbieter zum beispiel ein stadtwerk oder ähnliches wenn der strom jetzt bei euch im haus angekommen ist dann würde aber auch gerne euer energieversorger woher gekauft habt noch wissen wollen wie viele denn so verbraucht ja ihr gestet der nächste dienstleister nämlich der sogenannte messstellenbetreiber das sind die leute die euch den zähler hinhängen in den meisten fällen erledigt dass euer lokale netzbetreiber gleich mit man kann aber teilweise auch wechseln wenn man da einen eigenen anbieter wählen möchte aber da die preise bei den lokalen netzanbietern gedeckelt sind lohnt es sich aus finanzieller sicht meistens nicht irgendwas zu wechseln je nachdem kann auch noch ein sogenannter messdienstleister dazu kommen das sind leute die zu euch kommen und dem zähler ablesen zumindest dann wenn keine direkte anbindung verfügbar ist so akteure durch dann würde ich sagen wir kommen zu den stromzählern und da gibt es in deutschland so drei verschiedene typen die verteilt werden ich hatte es eben ja schon gesagt ich hatte so den klassiker der gute alte ferraris zähler das ist ein rein analoger stromzähler der hat intern so ein bisschen magnet und mechanik und am ende kommt da eine zahl auf der anzeige raus für privathaushalte ist so ein zähler eigentlich ausreichend aber er ist analog und bis 2032 sollen eigentlich alle alten analogen zähler ersetzt werden die nächste stufe das wäre dann ein digitaler stromzähler oder der korrekte name eine moderne messeinrichtung die ist wie der name schon sagt digital und misst dann auch deutlich mehr werte also der klassische zähler neben der werkenergie also dem was ja als kilowattstunden am ende abrechnet wird hier auch zum beispiel sowas wie blindleistung gemessen das ist für die netze relevant bei privathaushalten das aber bisher nicht abgerechnet von daher war es bisher auch nicht wirklich so nötig aber jetzt wo irgendwie alles ein schaltnetzteil hat und plötzlich mehr strom benötigt als am ende verbraucht wird da kann das dann doch nichts schaden da mal ein auge drauf zu halten diese mme's die haben keine schnittstelle zur außenwelt das heißt also wer den messwert haben will der muss davor stehen und dann tatsächlich vom display ablesen prinzipiell ist das erst mal so wie der alte zähler da steht halt euer verbrauch man kann aber da auch mit einer taschenlampe reinmorsen und damit menüs durchgehen macht keinen spaß digital heißt im übrigen nicht immer dass es auch besser ist die ersten serien die hatten da recht früh massive ausfall erscheinungen da gibt es also einen größeren haufen an kunden wo dann plötzlich der stromverbrauch geschätzt werden musste bis der zähler dann mal repariert wurde oder getauscht wurde da hatten viele leute irgendwie ein bisschen spaß mit die größte ausbaustufe das ist dann das smart meter oder in regulierungs deutsch das intelligente messsystem das ist das ding mit dem ich hier beglückt wurde das ist erst mal auch nur ein digitaler stromzähler quasi dasselbe was wir eben hatten aber um den intelligent zu machen wird da noch eine datenschnittstelle dazu gesetzt das sogenannte smart meter gateway das verbindet also den stromzähler mit dem internet oder zumindest mal im internen netzwerk aktuell läuft das in den meisten fällen dann über das handy netz darüber werden dann die messwerte zum messstellenbetreiber geschickt üblicherweise passiert das alle 15 minuten und der grund ist dass man so auch dynamische tarife anbieten kann denn der strompreis der schwankt so über den tagesschnitt relativ stark tagsüber im sommer da haben wir dank solar strom quasi im überfluss vorhanden der ist dann irgendwo zwischen kostenlos und man kriegt sogar geld wenn man strom verbraucht dafür allerdings nachts und bei windstelle mehr dann kann es auch mal teurer werden als das was eigentlich auf der rechnung abschluss da aktuelle abgerechnet wird solche dynamischen tarife wo der strompreis über den tag halt fluktuiert die müssen alle anbieter bis 20 25 auch zur auswahl stellen ziel ist es am ende dass leute ihren stromverbrauch in die zeiten schieben wo der strom auch da ist also zum beispiel dass man die waschmaschine mittags wenn die sonne scheint oder nachts wenn der wind weht laufen lässt und nicht irgendwie abends wenn alle leute gerade ihr abendessen machen und die sonne gerade untergegangen ist so ein im süß das hat allerdings auch nachteil nämlich die kosten ich sagte eben schon kosten für so einen stromzähler sind gedeckelt aber für im süß ist es gegebenenfalls teurer als für klassischen zähler gerade dann wenn man höheren stromverbrauch hat und da muss der editierweb mal kurz einhaken denn ja der messstellenbetreiber hat mir eigentlich eine preisliste geschickt wo 100 euro drin stand das wäre deutlich mehr als jetzt aber muss ich mal die ampel loben denn durch das gesetz zum neustart der digitalisierung irgendwas was auch immer wurde zum jahresanfang die kosten auf 20 euro gedeckelt solange man unter 10.000 kilowattstunden im jahr ist immer noch mehr als der alte analoge zähler der müsste so bei 13 euro gelegen haben aber immerhin erträglicher als 100 euro okay ich muss jetzt nicht mehr von hand den zählerstand ablesen dabei hatte ich allerdings noch glück denn er mein zählerschrank der ist zum glück kompatibel wenn der zählerschrank zu alt ist dann kann es auch durchaus schon mal vorkommen dass man ein paar hundert bis tausend euro zusätzlich da investieren muss um entsprechend weiterhin strom bekommen zu können so jetzt habt ihr eventuell rausgehört ich bin nicht sonderlich begeistert davon dass ich den bekommen habe warum naja ich habe halt höhere kosten und habe nichts davon habe keinen dynamischen tarif und die messwerte naja ich habe ja den shelly 3m und ähnliche dinge wie diesen werkzähler also die messwerte habe ich eh schon also warum habe ich jetzt hier dieses intelligente messsystem ja ich habe halt keine wahl denn es gibt halt ein paar fälle in denen man verpflichtet ist so ein ding einzusetzen das trifft zum beispiel zu wenn man mehr als sechs megawattstunden im jahr verbraucht eine fotovoltaikanlage mit mehr als sieben kilowattstunden betreibt oder irgendwelche geräte mit abregelung verwendet also irgendwie wärmepumpe wallbox oder solche sachen in dem fall ist man verpflichtet im sys zu nutzen und wenn man es nicht ist dann kann man es immer noch zumindest freiwillig anfordern wenn man halt so einen dynamischen tarif nutzen möchte was die sicherheit von diesen vernetzten dingern angeht man weiß es nicht so wirklich durch den 15 minuten takt ist zwar viel schon mal verschleiert das heißt also thema datenschutz ist es schon mal relativ grob aber sowas wie ist man in den urlaub oder nicht kann man auf jeden fall erkennen und am ende es ist halt ein geschlossenes system man kann es also nicht selbst überprüfen die betreiber und zertifizierer die versprechen dass alles ganz doll verschlüsselt ist und natürlich auch nur an die netzbetreiber und stromlieferant übermittelt wird aber wie gesagt selber prüfen kann man es nicht immerhin wenn es eine lücke gäbe dann wäre es halt nur ein datenabfluss denn aus der ferne das haus abschalten das ist technisch mit den dingern nicht möglich so jetzt habe ich also einen digitalen zähler der dinge misst wo dinge gemessen werden da möchte ich auch die dinge dann haben also wo daten da gibt es dann zwei wege dran zu kommen zum einen bieten viele anbieter so einen cloud basierten online zugang an wo man dann im internet die sachen sehen kann für mich ist das nix denn einerseits die werte kommen ja nur alle 15 minuten und in den meisten fällen ist das auch nur der gesamtverbrauch und ich hätte gerne einmal alles mit scharf oder so ähnlich und glücklicherweise kann man auch alles bekommen dann seht ihr hier dieses teil wo man so rein morst diese stelle naja das kann nicht nur rein morsen sondern es kann auch raus morsen es ist nämlich eine komplette rs 232 kompatible datenschnittstelle nur halt mit infrarot übertragung aus der da fällt sekündlich so ein datenblock raus mit messwerten und ja praktischerweise gibt es auch außen rum noch so einen runden magneten so dass man was zum auslesen da auch sehr einfach drauf montieren kann und nicht irgendwie am zähler da rein bohren muss oder sowas nicht machen um das signal da nutzbar zu machen hat erholt man sich eine passende fotodiode gegebenenfalls noch ein verstärker und schon hat man da etwas was man in den beliebigen mikrocontroller da rein geben kann und da verarbeiten kann wenn ich basteln will der findet im netz auch fertige leseköpfe die dann zum beispiel ttl für den mikrocontroller rausgeben oder gleich wlan eingebaut haben und so dann was zur verfügung stellen können das datenformat selbst was da rauskommt das hat zwei namen oder es sind zwei die ineinander verschachtelt sind zum einen haben wir obis obis ist in lang das object identification system das ist im prinzip einfach nur ein standard um die art der messwerte zu kennzeichnen wenn wir zum beispiel die 1 minus 1 doppelpunkt 1.8.0 haben dann heißt das es handelt sich um einen stromzähler wir messen den ersten kanal und in dem fall handelt es sich um den stromzähler stand für den ein tarif bezug auf der optischen schnittstelle dann verpackt da schiff sich das ganze sml oder smart message language da ist dann der obis code mit dem wert und etwas metadaten außenrum wie zum beispiel fehlerkorrektur zusammengepackt und kommt dann so da raus ich habe mir jetzt hier einen fertigen lesekopf mit ttl geholt ist ein interessantes ding weil man kann sehr gut sehen dass das gehäuse aus dem 3d drucker stammt und leider nicht ganz so haltbar erscheint aber im zweifel drucke ich halt neues gehäuse solange das ding funktioniert und dieser magnet auch gut hält ist das für mich okay als prozessor kommt ein esp mit der software esp home zum einsatz einfacher grund da ist dieser ganze sml kram schon drin und man kann es direkt nutzen muss ich nicht von null anfangen mir ging es halt darum möglichst schnell an die messwerte wieder dran zu kommen auf esp home ebene müssen ein bisschen was konfigurieren und zwar braucht man einen block wo wir sagen wir wollen gerne uart sprechen ich habe bei mir die pins 2 und 3 genutzt die geschwindigkeit ist mit 9600 baut aber sehr überschaubar da sollten dann alle pins funktionieren zweifel nutzt der intern software uart was aber bei so langsamen geschwindigkeiten eigentlich kein thema ist danach kommt dann ein blog wo wir sagen okay wir wollen jetzt sml verarbeiten und zwar von dieser uart schnittstelle damit wird dann diese ganzen daten entgegengenommen zerlegt und für uns nutzbar gemacht wenn wir das dann so starten kriegen wir zwar noch nichts in home assistant aber wenn wir auf der konsole gucken dann sehen wir durch das standard debugging schon mal was rein kommt okay ein paar zeilen sind da sind irgendwie wenig aber immerhin daten wie man das interpretieren kann das findet man zum beispiel im handbuch des stromzählers okay hier haben wir also eine hardwareversion die geräte id den zählerstand für den bezug zählerstand für export und gleich zwei datenpakete für die firmwareversion und die firmwarechecksumme aktuell sind die werte einfach als hex da also noch nicht umgerechnet aber immerhin sie sind schon mal da jetzt ist das aber ein bisschen wenig oder in der liste ist ja noch viel mehr spaßiger kram drin und mindestens so was wie strom und spannung von einer phase die hätte ich gerne und auch die wirkleistung wäre nicht schlecht und das handbuch scheint noch nicht mal vollständig zu sein denn wirkleistung steht ja nur insgesamt fürs komplette gebäude drin aber wenn man andere publikationen guckt da findet man auch kurz wirkleistung pro kanal was man am ende bekommt das ist aber vom modell und betreiber dann abhängig also your mileage may vary eins ist aber schon mal sicher aktuell kriege ich ja quasi nur den zählerstand und das ist zu wenig also ich wiederhole mich wo daten nun als geheimnis das ist die spalte hier denn bis auf die werte die wir schon gesehen haben steht hier schutz ja naja die werte die sind gesichert und können nur mit einer pin abgefragt werden diese pin die muss euch der netzbetreiber spätestens auf nachfrage raus rücken also ran ans telefon halbe stunde musik hören und dann hatte ich direkt eine niete wenn im fall von meinem netzbetreiber dann kann es nach dem einbau ein paar wochen dauern bis das der zähler bei denen im system überhaupt mal drin ist und man mir dann auch die pin da raus rücken kann also glücklicherweise ist das hier ein video das heißt also wir können einfach vorspulen hooray ich habe eine pin diese pin die muss man dann am zähler eingeben und damit kommt man dann doch in den genuss der großartigen benutzerführung ganz ehrlich wer dieses konzept verbrochen hat der sollte gezwungen werden statt einer tastatur nur noch diese eingabe methode nutzen zu dürfen ja man leuchtet den zähler nämlich mit einer taschenlampe an der macht dann erstmal ein display test und verlangt dann die pin mit kurzen lichtimpulsen zählt man die aktuelle ziffern eine zahl hoch wenn man drei sekunden nichts eingibt oder zu langsam ist springt auf die nächste stelle und man kommt auch nicht mehr zurück theoretisch gibt es ein paar handy apps die dann über die taschenlampe den blitz oder was auch immer das ganze automatisieren sollen bei mir waren die leider nicht wirklich zum zähler kompatibel auch wenn sie irgendwie was halbwegs passendes versucht haben ich habe es dann am ende per hand gemacht und glücklicherweise irgendwie geschafft dann erscheint nämlich die leistung in watt im display wir wollen ja die schnittstelle konfigurieren um das zu machen da blinkt man den zähler so lange kurz an bis im display inf steht für info je nach modell ist das mehr als zehn mal wo man sich durch menüs blinken muss und wie gesagt es gibt kein zurück wenn man also einmal was falsch macht muss man wieder von vorne starten wenn inf da ist dann leuchtet man das ding lange an und dann springt das von off auf on finally wir sind fertig das display das springt dann nach einiger zeit automatisch wieder zurück aber jetzt wo wir info eingeschaltet haben da sollten über dieses datenpaket deutlich mehr messwerte rausfallen und wenn wir jetzt hier in esp now sehen dann sieht das auch schon besser aus wichtig dabei das ist ein ziemlich großer batzen an daten ein esp a266 der hat bei mir da nicht wirklich gereicht der hat kapituliert und ist da ausgestiegen ich bin letztendlich auf den esp 32 c3 gewechselt aber selbst dort musste ich am schluss dann logging abschalten weil er sonst nicht genügend leistung hatte um da die daten zu verarbeiten werden ähnlichen zähler und keine lust hat sich damit weiter zu beschäftigen unten in der video beschreibung ist wie immer mein code verlinkt aber mal kurz zur erklärung was ich gemacht habe ich habe erst mal den text sensor mit der aktuellen hardware version angelegt einfach nur um zu gucken dass auch alles funktioniert die server id das ist aus den debug informationen der part ganz vorne der obelscode den haben wir ja im handbuch gesehen technisch könnte man jetzt auch hier noch andere felder einpflegen wie zum beispiel die zähler id oder die software version das habe ich bei mir jetzt mal absichtlich weggelassen denn zähler id hatte bei mir irgendwelche seltsamen unico zeichen davon dahinter da wollte ich mir jetzt keinen filter noch bauen ich kenne sie ja eh ich habe ja nur ein und was software version angeht da mal gesehen da kommen zwei pakete rein ich hätte mal einmal für den zähler und einmal fürs gateway zwei hintereinander mit derselben nummer würden sich aber gegenseitig überschreiben das ist auch eher seltsam habe ich also auch erst mal weggelassen die messwerte selbst die werden dann als normaler sensor hinterlegt und sind ein bisschen komplizierter zum einen wird jetzt hier zusätzlich die maßeinheit angegeben also zum beispiel kilowattstunden dann die anzahl der nachkommastellen und multiplikator was da passt das findet man wieder in der anleitung hier ist zum beispiel die info dass es sich hier um eine maßeinheit wattstunde mit einer nachkommastelle handelt ich will der kilowattstunden das heißt also eine nachkommastelle plus kilowattstunden sind dann drei nachkommastellen macht vier das heißt also wenn der messwert 1 ist dann sind das 0,0001 kilowattstunden bei vier nachkommastellen die geräteklasse ist in unserem fall immer energy und die status klasse das ist für zähler total increasing also etwas was immer weiter hoch zählt bei messwerten wie zum beispiel spannung strom oder leistung da ist es measurement mit dem konzept habe ich dann die stromzähler also die energy meter die spannungen die ströme und die werkleistung der phasen sowie die gesamtwerkleistung netzfrequenz phasenwinkel und die phasenverschiebung direkt aus dem zähler auslesen können das ist ja schon mal eine ordentliche ausbeute ich hätte aber gerne noch ein bisschen mehr und glücklicherweise kann esp home halt auch intern matte ich habe also noch ein paar template sensoren angelegt die matte mit bestehenden sachen machen die scheinleistung einer phase die kriegen wir zum beispiel raus wenn wir spannung mal strom rechnen für die gebäudescheinleistung agieren wir die ganzen phasen dann einfach zusammen und blindleistung naja das wäre dann die gerade errechnete scheinleistung minus die werkleistung vom zähler und da phasenwinkel für mich jetzt auch nicht so einfach verständlich ist habe ich mir auch gleich noch einen leistungsfaktor rausgerechnet werkleistung geteilt durch scheinleistung hilft da und all diese werte die ich jetzt hier als sensor deklariert habe die werden auch automatisch in home assistant übernommen das heißt sobald wir das esp now angebunden haben habe ich einen riesen batzen an werten und die werden ja wie wir eben gelernt haben quasi sekündlich aktualisiert denn etwa alle sekunde fällt ein messwert raus nur habe ich also meine messwerte des gebäudezählers und das ganz ohne cloud und deutlich schneller wirklich brauchen tue ich ehrlich gesagt aktuell nicht ändern könnte sich das natürlich wenn dynamische tarife auch beim jen thema werden da habe ich noch so ein bisschen die hoffnung dass sich da anbieter finden die so eine art hybrid fahren und dann einen dynamischen tarif anbieten der aber obergrenzen festlegt dass man dann nicht in die situation kommt wie letztens zum beispiel wo dann bei einigen dieser anbieter plötzlich die kilowattstunde über zwei euro oder sowas gekostet hat da hätte ich also schon gerne irgendwie so ein paar leitplanken auch bei photovoltaik könnten die werte interessant werden aber für eine richtige anlage habe ich leider immer noch keine rechtlich brauchbare möglichkeit gefunden einzubauen und ganz ehrlich dann fehlen mir in den daten immer noch metriken wie zum beispiel die aktuelle netzauslastung die würde ich halt gerne auch als teilentscheidungsgrundlage nutzen und für solche daten müsste ich also doch wieder einen internetdienst bemühen und bin so von meinem internet abhängig eine sache muss ich noch kurz erwähnen und zwar dieses smart meter gateway bei den intelligenten messsystemen das hat auch eine rj45 buchse die ist beschriftet mit han das soll wohl home area network heißen theoretisch kann man über die auch sehr viele daten rausnehmen zum einen die ganzen messwerte die wir jetzt gesehen haben aber auch zum beispiel berechnungsgrundlagen des energieversorgers das problem ist diese schnittstelle die ist nennen wir es aktuell noch sehr schwammig viele messstellen betreiber die tun sich noch schwer damit die korrekten ip adressen und zugangsdaten für diese smart meter gateway rauszugeben software technisch ja da gibt es von der physikalisch technischen bundesanstalt ptb den arbeitskreis bundes display die haben die open source software trudi entwickelt das ist die transparenz und display software aber wie gesagt das ist alles aktuell wohl für viele der messstellen betreiber noch neuland von daher habe ich das jetzt hier erst mal ausgeklammert die optische methode gibt einem zumindest die ganzen messwerte und es funktioniert halt nicht nur mit den sogenannten intelligenten messsystem oder smart meter sondern auch mit den einfachen die ohnehin jeder bekommt diesen modernen messeinrichtungen aka den digitalen stromzählern bis ich die werte irgendwie nutzen kann zählt der zähler immerhin fleißig weiter den strom zeichnet ein paar schöne diagramme und wenn er nicht gestorben ist dann tut auch die nächsten jahre noch das was er soll gelberen die auch die